Informationen, die möchten wir euch natürlich nicht vorenthalten. 28 Prozent immerhin sehen aber inzwischen im Aufbau von Ladeinfrastruktur sogar schon ein Geschäftsmodell. Ein weiteres Viertel sagt, damit haben wir nichts zu tun. Ja, hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder Julian von der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg. In diesem Video gibt es ein kurzes Update, neue Zahlen, neue Informationen, neue Aussichten zum Thema Laden im Handel. Das heißt also, wenn ihr euer Elektroauto ladet, wenn ihr einkaufen geht. Dazu hat das EIH, das ist so eine Art Marktforschungs- und Research-Unternehmen im Auftrag für den deutschen Einzelhandel, Untersuchungen gemacht und die Informationen sind jetzt veröffentlicht worden. Zumindest schon mal in einer Vorabinformation und die möchten wir euch natürlich nicht vorenthalten. Denn für viele von euch ist es natürlich von allergrößtem Interesse, das Elektroauto zu laden, wenn man einkaufen geht. Denn viele von euch und immer mehr Nutzerinnen und Nutzer von Elektroautofahrzeugen haben keine eigene Ladestation als Mieterinnen und Mieter zum Beispiel und sind dementsprechend auf das Laden im öffentlichen und halböffentlichen Bereich angewiesen. Und das Laden beim Einkaufen spielt natürlich eine ganz wichtige Rolle. Laden und Parken, so heißt dieses neue White Paper, das das EIH zu dem Thema Elektromobilität veröffentlicht hat. Und die Zahlen sind interessant. Es geht hier erstmal los, indem also gesagt wird, wie viele E-Fahrzeuge auf den Straßen bereits unterwegs sind. Das sind 570.000. Da zählen natürlich die Plug-in-Hybriden mit dazu. Es sind im Moment 38.000 Ladestationen erfasst und 10% davon werden durch den Handel zur Verfügung gestellt. Also knapp 3.800 Ladepunkte sind bereits an allen möglichen Einkaufszentren, Discountern, Handelsketten, Baumärkten und so weiter und so fort in Deutschland verfügbar. Und es werden täglich mehr. 3.000 weitere Ladepunkte sind für dieses Jahr geplant. Das heißt also, dass sich das Thema Laden im Handel, Laden beim Einkaufen immer wichtiger, so eine immer wichtigere Standsäule der Elektromobilität, der Ladeinfrastruktur entwickelt. Okay, dann gucken wir einfach mal in diese kleine Zusammenfassung der Studie hinein. Und zwar hat man hier festgestellt, ich zeige euch dazu mal hier diese Grafik, dass bereits etwa die Hälfte aller Handelsketten im Moment bereits Ladeinfrastruktur für ihre Kunden zur Verfügung stellen. Also das ist schon mal eine Wahnsinnszahl. Etwa ein weiteres Viertel plant dies demnächst zu tun und ein weiteres Viertel sagt, damit haben wir nichts zu tun. Und das hat dann nichts etwas mit Desinteresse oder sowas in der Art zu tun, sondern schlicht und ergreifend damit, dass die hier, dass hier es auch eine Menge Handelspartner gibt, die sagen, die Ladenräume, die Geschäfte, die gehören gar nicht mir, die sind angemietet. Da ist also der Betreiber, der Vermieter dafür zuständig. Oder es sind zum Beispiel Discounterfilialen in Innenstädten, die überhaupt gar keine eigenen Parkplätze verfügen. Die können dann natürlich auch gar keine Ladestationen aufbauen und die sind auch nicht verpflichtet dazu, weil sie haben ja keine eigenen Parkplätze. Also mehr als 50 Prozent der Handelsketten haben bereits Ladestationen im Angebot für uns Elektroautofahrer und das ist wirklich ganz, ganz großartig. Der Großteil der Ladestationen wird von Handelsunternehmen angeboten, die mehr als 100 Filialen betreiben. Und beeindruckend ist auch, dass bereits jede fünfte Handelskette hat zwischen 51 und 150 Ladestationen in Betrieb. Wir können also hier an dem Punkt hier schon mal zusammenfassen, dass das Laden im Handel, dass das Angebot von Ladestationen, das uns gemacht wird von den Handelsketten, definitiv eine Größe ist, die nicht mehr zu verachten ist. Ich finde das großartig. Ich nutze das natürlich auch dann, wenn es sich irgendwie ergibt. Und ja, das ist sicherlich für viele von euch, die mit dem Gedanken spielen, sich ein Elektroauto zu kaufen, ein ganz wichtiger Punkt zu schauen, zu sehen, festzustellen, registrieren oder sich darauf einfach zu freuen, dass auch demnächst bei eurer Lieblingsfiliale entsprechend Ladestationen dann aufgebaut werden, wenn sie nicht schon längst vorhanden sind. Ja, was ist denn nun eigentlich der eigentliche Grund, der Treiber dafür, für diese rasante Entwicklung? Und an Punkt 1 steht nicht etwa die Gesetzesforderung nach dem Aufbau von Ladestationen. An Punkt 1 steht aber auch nicht das Interesse der Handelsketten Klimaschutz zu betreiben, sondern an Punkt 1 steht, wer hätte es gedacht? Haha, die Kundenjollalität. Also man möchte schlicht und ergreifend dem Kunden ein Angebot machen, bei dem dieser nicht Nein sagen kann. Und das ist auch der Grund, warum bei den allermeisten Handelsketten bisher das Laden noch kostenlos ist. Noch, ich betone das noch, denn auch das ist eine Information für euch, wenn ihr euch mit dem Gedanken tragt, auf ein Elektrofahrzeug umzusteigen. Das wird natürlich auf Dauer nicht so bleiben. Aber im Moment ist es für die meisten Handelsketten das entscheidende Argument. Also, Loyalität dem Kunden gegenüber ist im Moment der wichtigste Treiber dafür, dass Handelsketten Ladestationen aufbauen. Wie gesagt, an Punkt 2 folgt dann das Thema Klimaschutz. Das hat sicherlich auch ein bisschen was mit dem Thema Image zu tun. Man möchte sich also als grünes Unternehmen, als zukunftsgewandtes Unternehmen präsentieren. Und ich merke das ehrlich gesagt auch so ein bisschen an mir, dass ich auch immer so ein bisschen schaue, ja, wie sieht denn das aus? Hat diese Handelskette, hat diese Filiale jetzt eigentlich schon eine PV-Anlage? Gibt es dort zum Beispiel LED-Beleuchtung? Sind die Tiefkultruhen immer noch offen oder sind Schiebetüren dazu? Und ich merke auch an mir, dass sich danach auch so ein bisschen inzwischen das Einkaufsverhalten richtet. Ich gehe also einfach lieber und gerne an solche Städten einkaufen, wo ich weiß, da ist eine PV-Anlage, wo ich weiß, da gibt es ein energiesparsames, energieeffizientes Gebäude. Da wird moderne Technik eingesetzt. Die anderen lasse ich persönlich ehrlich gesagt schon fast neben liegen. Schreibt doch ihr jetzt bitte mal hier in die Kommentare, wie ist das eigentlich bei euch? Seht ihr das ähnlich oder ist es euch eigentlich komplett egal, was es für eine Filiale ist? Mit ohne PV, mit ohne LED, mit Kohleheizung oder wie auch immer? Wie schaut das bei euch aus? Schreibt es doch bitte mal jetzt in die Kommentare. Und wenn ihr Lust habt, haltet das Video einfach jetzt kurz an. Danke dafür, dass ihr jetzt gerade den Kommentar reingeschrieben habt. Okay, alles klar. Schauen wir weiter. Gehen wir zurück zur Studie. Platz Nummer drei ist dann die Gesetzgebung zum Ladeinfrastrukturaufbau. Und ja, 28 Prozent immerhin sehen aber inzwischen im Aufbau von Ladeinfrastruktur sogar schon ein Geschäftsmodell. Sehr, sehr spannend. Wir haben oft und breit schon darüber gesprochen. Auch das, wie gesagt, eine echt spannende Information. Ja, wie sieht es jetzt aus? Was wird eigentlich zum Laden angeboten? Und hier kann man ganz deutlich sehen, ich fasse das hier mal zusammen. Der Handel setzt nach wie vor sehr stark auf das Schnellladen mit Gleichstrom und zwar im Bereich zwischen 30 und 50 kW. Das ist also das, was man den Kunden anbieten möchte, um das Fahrzeug zu laden, während man einkaufen geht. Ultraschnelllader, HPC-Lader gibt es bisher nur an ungefähr einem Prozent der Standorte. Es gibt aber auch noch eine ganze Reihe an Standorten, die bieten AC-Ladestationen mit 22 und 11 kW an. Ja, schreibt doch auch hier mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Wir haben auch schon öfters mal darüber diskutiert und gesprochen. Wie ist jetzt im Moment eure Meinung? Ist für euch eine AC-Ladung in Ordnung? Oder erwartet ihr eine DC-Ladung oder fahrt ihr gezielt vielleicht auch schon Filialen an, wo es DC-Ladung zur Verfügung gestellt wird? Würde mich mal an dem Punkt mal sehr, sehr interessieren. So, wie sieht es eigentlich aus? Wie lange wird eigentlich im Handel geladen? Und auch das hier gibt es eine schöne Grafik dazu. Die zeige ich euch mal hier. Und ja, etwa die Hälfte der Kunden laden etwa eine halbe bis eine Stunde. Das ist so in etwa die Zeit, die ein Kunde also in so einer klassischen Filiale im Baumarkt, im Gartencenter zubringt. 30 bis 60 Minuten wird das Fahrzeug geladen. Wenn ich dann also mit vielleicht durchschnittlich, sagen wir mal, 30 kW laden kann, dann habe ich also in der Zeit schon einiges an Kilometern nachgeladen. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass natürlich überall dort, wo das Laden noch kostenlos ist, ein bisschen länger geladen wird. Und da, wo es halt entsprechend was kostet, vielleicht ein bisschen zügiger eingekauft wird. Wäre mal eine Prognose von mir. Könnt ihr ja auch mal in die Kommentare schreiben. Wie ist das eigentlich bei euch? Mal Hand aufs Herz. Wenn ihr kostenlos laden könnt, bleibt ihr dann länger im Laden und kauft ihr vielleicht auch mehr. Über zwei Stunden. 7 Prozent laden über zwei Stunden. Das sind übrigens Daten, die man gewonnen hat von Kunden, die in großen Shopping-Centern einkaufen gehen. Hier also eine deutlich längere Ladezeit. Ja, und der Bereich ein bis zwei Stunden ist etwa ein Viertel. Aber es gibt auch ein Kuchenstück mit 14 Prozent Kunden, die also bis maximal 30 Minuten laden. Dazu würde ich mich jetzt zum Beispiel zählen. Ich wüsste gar nicht, was sich eine halbe Stunde bis 60 Minuten in so einer Discounter-Filiale irgendwie zubringen soll. Bei mir ist es eigentlich eher so, dass ich so, ich habe mal geguckt, so zwischen 10 und 20 Minuten dort zubringe. Also ich gehöre dann persönlich irgendwo so in den Bereich zwischen 30 Minuten. Vielleicht mal ein bisschen mehr, meistens aber weniger. Wie ist es bei euch? Schreibt es doch auch mal in die Kommentare, wie lange ihr im Discounter oder im Baumarkt oder im Fachmarkt oder im Gartenmarkt einkaufen geht. Ja, also das sind dann auch schon die entscheidenden Informationen, die hier gegeben wird. Fassen wir das einfach mal zusammen. Das Laden beim Einkaufen hat sich zu einer tragenden Säule der Ladeinfrastruktur entwickelt und wird es sicherlich noch werden. Die Filialen, Handelsketten betreiben es im Moment, um Kunden einfach zu binden und auch anzulocken. Aber es gibt auch schon einen durchaus nennenswerten Anteil an Handelsketten, die jetzt schon oder perspektivisch sagen, das ist für uns ein Geschäftsmodell. Da können wir unsere Parkplätze, die wir ja in der Regel kostenlos zur Verfügung stellen, ein Geschäft daraus machen und damit noch ein bisschen Umsatz generieren. Okay, das soll es auch schon gewesen sein. Kurzes 10 Minuten Update zu diesem Thema. Wie gesagt, ich habe euch jetzt öfters mal aufgefordert, was in die Kommentare zu schreiben oder euch gebeten, was in die Kommentare zu schreiben. Ganz einfach, weil es ein Thema ist, was uns alle etwas angeht und wo wir sehr interessiert daran sind, wie eure Meinung dazu ist. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, das Video anzugucken. Wir freuen uns natürlich immer über ein Abo und ein Like. Und wenn ihr Lust habt, klickt doch einfach mal die Alarmglocke. Dann seid ihr immer informiert, wenn es von uns ein neues Video für euch gibt. Das war's. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.